Was geht ab Leute, mein Name ist Riders Chaos oder Jonas, je nachdem was euch besser gefällt. Es freut mich, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt zu diesem neuen Video. Heute gibt es mal einen Vlog von mir aus Ungarn. Wir fahren gleich an den Balaton. Das Video wird heute wahrscheinlich ein bisschen kürzer. Schauen wir einfach mal, was es dazu zu entdecken gibt. Aber wir fahren jetzt erstmal los. So angekommen sind wir auf jeden Fall. Und es ist sehr unangenehm hier zu reden, weil hier sind mega viele Menschen. Das ist wirklich, wirklich sehr unangenehm. Ich kann es nicht oft genug sagen. Wir müssen jetzt noch Geld tauschen gehen und dann schauen wir mal, ob wir irgendwo Wasser finden. Ich denke, das ist schon ziemlich gut in Sicht. Und dann werden wir uns wahrscheinlich als nächstes am Wasser sehen. Also bis gleich. Die Transaktionsgebühr wird immer gleich bleiben. Na eben, deswegen. Okay. Also, willst du bloß annehmen? Ja. Dann die Scheiße, Junge. Warte gesperrt. Prima. Die Transaktion wird jetzt abgedehnt. Ich versuche gleich mal mein Glück. Na, was geht denn bei dir? Bei mir? Wir haben es geschafft, ans Meer zu kommen. Ans Meer? Warte mal, ist ja ein See. Stark. Ja, was machen wir jetzt? Ähm, und so einen krassen Delfin dort ausleihen. Delfin? Ja. Ferrari ist nämlich zu teuer. Richtig. Was machst du denn hier eigentlich? Probierst du hier die Ränder zu beeindrucken oder was? Hä? Angezogen, komplett. Bei 55 Grad gefühlt. Wie viel Grad haben wir? Zu viele. Ich glaube 34. 34 Grad. Ja. Sehr gut. So, jetzt. Zwei. Ich wette, irgendeiner fliegt rein. Vor der Bude. Wenn ich wette, äh, ich will. Wollen wir es hoffen. Äh, we're the blue, the yellow one. Was ist denn eigentlich, wenn wir jetzt, wenn wir eine Stunde lang das Ding noch gemütet haben? Das habe ich mir auch gedacht. Einfach nach einer Stunde darüber fahren? Ja, eben. Also wir haben es geschafft aufs Boot. Gleich machen wir einen Wheelie, Junge. Ein Wheelie. Ich würde sagen, wir rammen jetzt erstmal irgend so einen auf so einer Luftmantraße weg. Ich sag dir, hier vorne sieht gut aus. Der mit dem, die auf dem Ringen. Auf dem Ring. Die holen wir uns. Ah, okay. So, Mütze, Trillee. Bist du bereit? Na, kommst du mit, ja. Wohin? Wo sind wir denn drauf? Boot. Na ja, komm. Irgendeiner muss er jetzt mal rechnen. Genau. Man könnte abkühlen. Alter, das ist echt kalt. Also, das ist kalt, aber... Jo, wahrscheinlich kalt. Das ist echt angenehm. Ist das so? Schön. Komm rein. Und, wie ist es? Angenehm, ja. Angenehm, oder? Vor allem mit diesen ganzen Pflanzen sind die an den Füßen. So, wir haben jetzt das Boot abgegeben, sind jetzt auch schon wieder raus, haben uns noch ein paar Stunden hingelegt und wir werden jetzt noch ein bisschen rumlaufen und dann geht's auch schon bald zum Abendbrot. Es ist auf jeden Fall echt ganz schön hier, muss man schon sagen. Ich weiß nicht, wie es auf der Kamera rüberkommt, aber mir gefällt es hier wirklich sehr gut. Dann schauen wir mal, wo Julius ist, denn der ist weg. Also, los geht's. Erzähl mal was. Was soll ich erzählen? Es war bis jetzt ein sehr schöner Tag. Gefällt's dir hier? Ja, gefällt's dir sehr gut. Ach, was ist verdammt heiß. So, wir sind jetzt zurück auf dem Weg zum Auto und dann werden wir noch kurz einkaufen gehen. Es ist auf jeden Fall immer noch mega warm und wir haben viel zu viel gegessen, deswegen ist der Weg umso schwerer. Aber wir sind gleich da, also geht's dann gleich los und dann sehen wir uns, wenn wir zurück sind, auf dem Campingplatz. So, wie ihr seht, wir sind wieder zurück. Ich bin absolut fertig von heute, bin auch mega schlecht gelaunt, muss ich ehrlicherweise zugestehen. Aber das liegt jetzt nicht daran, dass der Tag so schlecht war, sondern wir wollten eigentlich gerade noch einkaufen und zwar nicht einfach so, weil wir Sachen brauchten, sondern weil ich eigentlich Zeug kaufen wollte für Chaos Kitchen, weil ich eine Sonderedition machen wollte für hier. Aber es hat leider nicht so ganz funktioniert, wie ich mir das gedacht habe und das nervt mich gerade ziemlich sehr, deswegen bin ich nicht so gut drauf. Aber trotzdem werde ich jetzt hier das Video beenden. Nächste Woche geht's mit positiver Stimmung weiter, also sehen wir uns nächste Woche pünktlich um 12 Uhr zu einem neuen Video. Denkt dran, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das natürlich sehr gerne tun. Es ist kostenlos und unterstützt mich sehr. Also einmal mal draufklicken und natürlich nicht die Kommentarsektion vergessen, denn dort könnt ihr mir am besten euer Feedback reinschreiben, damit ich zukünftige Videos weiter verbessern kann. Und zu guter Letzt natürlich meine Social Media Accounts, die findet ihr alle unten in der Videobeschreibung verlinkt. Klickt einmal mal drauf, schaut mal rein. Am meisten bin ich auf Instagram aktiv, aber ihr könnt einfach mal diesen Namen, der hier unten eingeblendet ist, eingeben und dann findet ihr mich eigentlich auf allen Plattformen. Wir sehen uns wie gesagt nächste Woche Sonntag pünktlich um 12 Uhr wieder. Also dann Leute, macht's gut und ciao. Jetzt gehen wir mal uns auf die Nahrungssuche. Oder? Auf die Nahrungssuche. Suche. Begeben. Begeben.